Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich heiße Cornelia Rebel und ich betreue bei Medomio seit langem die Nachrichtenredaktion. Heute möchte ich dir eine aktuelle Studie über Ernährungsrichtlinien für schangere Frauen vorstellen. Doch bevor wir zu der Studie kommen, möchte ich noch auf eines hinweisen. Es vergehen oft Jahrzehnte, bis wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich in den Arztpraxen angelangen. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns alle unabhängig über Neuigkeiten im Gesundheitsbereich informieren. Falls du mir dazu stimmst, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du den Ich-Mag-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Aber jetzt zu der aktuellen Studie über Ernährungsrichtlinien für schwangere Frauen. Die Studie prägt die Überschrift Ernährungsrichtlinien für Schwangere unzureichend. Schwangere Frauen spielen bei Studien über Ernährung kaum eine Rolle. Das ist das Ergebnis einer neuen Metastudie US-amerikanischer Wissenschaftler. Deshalb halten sie die geltenden Referenzwerte für Ernährung in den USA und Kanada für unzureichend. Nur 17% aller Studien über Nährstoffe berücksichtigen demnach die Bedürfnisse von Schwangeren. In Deutschland dürfte die Lage ähnlich aussehen. An diesem Punkt möchte ich auch anmerken, dass die bestehenden Ernährungsrichtlinien durchaus anzuzweifeln sind. Zum Beispiel gilt als offizielle Richtlinie für die Einnahme von Vitamin D täglich 800 Milligramm. Es gibt aber Ärzte, die sagen, dass mit dieser Menge gerade einmal der nötigste Bedarf gedeckt wird. Sie gehen davon aus, dass jeder Mensch 5000 Einheiten am Tag problemlos verkraften kann und dass es uns mit dieser Menge wesentlich besser geht. Die Autoren einer neuen Studienübersicht kommen zu dem Schluss, dass Schwangere in der wissenschaftlichen Forschung über Ernährung stark unterrepräsentiert sind. In der Vergangenheit wurden Frauen und Schwangere in einem Großteil der wissenschaftlichen Forschung ausgeklammert. Die heutigen Empfehlungen für gesunde Ernährung können deshalb auf schwangere Frauen kaum angewandt werden. Eine möglichst rasche Beseitigung dieser Datenlücke könnte nach Ansicht der Studienautoren die Erkenntnisse im Bereich der Ernährung stark verbessern. Es ist nicht richtig zu glauben, dass der Ausschluss von Menschen von der Forschung sie schützt, sagte Dr. Emily R. Smith, leitende Studienautorin und Assistenzprofessorin in den Abteilungen für globale Gesundheit und Bewegungs- und Ernährungswissenschaften der George Washington University. Das bedeutet, sie von wichtigen Informationen auszuschließen, die helfen könnten, eine positive Schwangerschaft zu erleben. Als Autorin von Artikeln über gesundheitliche Themen möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, Wann immer ich über Nahrungsergänzungsmittel schreibe, ein gesetzlich streng reglementiertes Thema, dann füge ich immer hinzu, schwangere und stillende Frauen sollten diese Nahrungsergänzungsmittel vorsichtshalber bitte vermeiden. Das mache ich nicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich gesetzlichen Problemen für die Veröffentlicher dieser Texte und für mich aus dem Weg gehen will. Um die Frage der täglich benötigten Mengen zu klären, analysierten Smith und ihr Team 704 Studien und untersuchten dabei Informationen zu 23 Mikronährstoffen. Sie fanden heraus, dass 23 Prozent aller Untersuchungen nur männliche Teilnehmer umfassten. In den Arbeiten mit weiblichen Teilnehmern waren diese noch immer unterrepräsentiert. Nur 29 Prozent aller Studienteilnehmer waren weiblich. Besonders bedenklich, die technisch am weitesten fortgeschrittenen Ernährungsstudien hatten die geringsten weiblichen Teilnehmer. Von allen Nährstoffstudien schlossen nur 17 Prozent schwangere oder stillende Frauen ein. Laut Dr. Smith gibt es die allgemeine Idee in Kreisen von Wissenschaftlern, dass schwangere Frauen als gefährdete Bevölkerungsgruppe eingestuft werden. Deshalb würden sie bei Studien kaum berücksichtigt. Zum Beispiel machen sich einige Forscher möglicherweise Sorgen über Risiken für den Fötus. Allerdings hält Dr. Smith diese Einstellung für gefährlich. Wenn ein bestimmter Personenkreis aus Studien ausgeschlossen wird, bekommen sie auch keine Richtlinien oder Behandlungen, die ihre speziellen Bedürfnisse berücksichtigen. Smith, Schwangere sollten eher durch Forschung als vor der Forschung geschützt werden. Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass weniger als 10 Prozent der analysierten Studien die Rasse oder ethnische Zugehörigkeit eines Teilnehmers überhaupt feststellten. Das hat eine Datenlücke über Minderheiten zur Folge. Es sei kaum möglich zu wissen, ob diese Bevölkerungsgruppen gerecht, unterrepräsentiert oder überrepräsentiert sind. Diese Studie lässt wichtige Schlussfolgerungen zu. Die bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Bedarf an essentiellen Nährstoffen bei Menschen im Allgemeinen sind wahrscheinlich unvollständig und können nicht verallgemeinert werden. Das gilt insbesondere für die kritischen Lebensphasen Schwangerschaft und Stillzeit. In dieser Zeit wird die Grundlage für die Gesundheit der nächsten Generation gelegt und die Versorgung mit Nährstoffen ist deshalb besonders wichtig. Dieses Problem wird verschärft, wenn die Forscher weder Rasse, Geografie oder Hintergrund berücksichtigen. Ich persönlich denke, dass die Mengenangaben für Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel in der EU und in Deutschland allzu knapp bemessen sind. Außerdem verstehe ich nicht, warum die Verbraucherzentrale und andere Medien so stark gegen Nahrungsergänzungsmittel eingestellt sind. Ich persönlich habe hervorragende Erfahrungen mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht. Falls dieses Video für dich interessant war, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du den Ich-Mag-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Wenn du an Neuigkeiten im Gesundheitsbereich interessiert bist, dann schau doch öfter mal hier vorbei. Bis dann, deine Cornelia.